Till, was heißt denn eigentlich, oder hast du es auch nur einfach so salopp dahergesagt, ein Vorzeige-Flüchtlingsheim? Was soll das sein? Ein Vorzeige-Flüchtlingsheim ist eins, im Idealfall, das nicht so ist, von dem er eben erzählt hat. Dass wenn man Pech hat, dass man 18 ist, kein Anrecht mehr auf Deutschunterricht hat. Also dass alle Deutschunterricht bekommen. Das ist doch so, die sitzen den ganzen Tag im Lager, wissen, sie sind nicht willkommen und können nichts machen außer Frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Sportmöglichkeiten, kreative Möglichkeiten, Basteln, Töpfern, keine Ahnung, in Hamburg gibt es ein Modelabel, die machen Mode von Flüchtlingen. Also was Kreatives zu machen, zu schaffen. Das sind ja Leute, die sind vom Krieg geflogen, die waren teilweise Ärzte, Rechtsanwälte, Bauarbeiter, keine Ahnung. Und die sind hier und sitzen da und die müssen beschäftigt werden. Und by the way, weiß man ja auch, dass uns ganz viele Arbeitskräfte fehlen. Fachkräftemangel, demografischer Wandel, da gibt es aber auch ungefähr ein paar, die sagen, das stimmt alles nicht, aber das ist ein anderes Thema. Du willst also die Standards nach oben heben.